Willkommen zurück bei Virtualites 3 Hier bei der Danger Zone Da schneidet irgendjemand Gemüse oder so Wer schneidet da? Hallo? Sushi-Mann? Oder du? Ne, es kommt von hier Du bist es, ne? Ne, du! Du, hör sofort auf! Schneidet wirklich Okay Hier sind wir bei der Danger Zone, kann man da reingehen? Oh, kann man Cool Und da sind wir drauf, genau Danger Zone Das sag ich noch ein paar Mal Okay Machen wir mal ein bisschen hier Rambazamba So, jawohl Und gut Machen wir mal schön Sonnenschein 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 So, dann warten wir mal bis ein paar Leute reingehen Hier gibt es wieder verschiedene Kameras Die brauchen wir aber nicht Lichtkasten Wir haben schon noch 116 Punkte Möchte aber noch nichts kaufen Möchte ein bisschen sammeln So, warten wir mal kurz bis da ein bisschen Platz gemacht wird Getränke, Drinks und Beveranges Otter Cola Otter Cola Okay Was hat der in der Hand? Was hat der? Was hat der? Hey, was hat der? Bleibst du stehen? Die sind verdächtig, irgendwas in der Hand zu halten Der hat ein Eis in der Hand, alter So, ich bin mal gespannt wie das Ding geht Wahrscheinlich dreht sich das dann einfach so rum Wie eine Frisbee-Scheibe Aber jetzt warten wir mal kurz Hier sind Leute, passen noch rein Sind schon wieder 340 Leute im Park Wo bin ich jetzt eigentlich? Warte mal kurz Hier bin ich, ja Das müssen wir noch machen Und das da unten Die anderen haben wir schon Okay Bin mal gespannt ob bei nächsten Ähm, Updates ob da auch noch weitere Fahrgeschäfte dazukommen Da bin ich auch mal gespannt Einsteigen 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 Ja Das ist voll cool Da kann man ins Mikro reinsprechen, ey Hallo Kuckuck Servus Gleich geht's los Gleich geht's los So Es ist voll cool was man da alles einstellen kann Für die ganzen Sachen hier Finde ich voll schön Und Ist schon voll ne Ja Okay Okay dann können wir mal die Bügel runter machen Nein Nicht aussteigen Oh Oh leck mich Oh ne Ach fuck Oh ich hätte jetzt hinschauen müssen Oh sorry Das tut mal Zeit Sorry Das habt ihr umsonst gezahlt Scheiße Boah 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 ich bin echt so hohl ne Ich brauch mal hier Ich brauch mal hier Dextro Energy Moment Guck mal Guck mal der trinkt Und geht da rein Jetzt ist es weg Jetzt ist es weg Na Dürfte doch nie mitnehmen Sonst muss ich aber aufpassen Okay Okay der macht dann das allein zu Mal kurz warten So Bam 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 So ein paar noch Na kommt schon Nur keine Hemmungen Das gefällt mir voll Mit dem Mikro Kann man voll die Scheiße reinreden So ein paar müssen noch runter Drei Stück noch Warten wir mal kurz Zwei noch Einer noch Und du noch Dann haben wir es doch oder? Genau Jetzt sind alle drin oder? Ja Jetzt kann es losgehen Dann fangen wir mal an Mit dem Arm Machen wir erstmal die Gondel Erstmal ganz langsam Drehen wir mal sie ein bisschen ein Noch ein bisschen So Und dann fahren wir den Arm aus Ach das Ding ist das Ah stimmt Ach du Kacke Stimmt das kenne ich Das gibt es bei uns auch Auf dem Volksfest Können wir mal reingehen Moment In den On-Wide Modus Ne hier Hier ja Ja Dreht es halt ne Da ist die Technik Da sieht man mal wie die Zahnräder sich drehen Voll cool ne Der Betreiber Ah die Performance Hakt noch ein ganz kleines bisschen Aber es wird noch Es wird noch So Machen wir mal Verfolger Okay Dann machen wir mal ganz schnell Jetzt Also jetzt geht es aber richtig rund Oh ja Boah der kriegt man ja hier Oh Da kriegt man sowas wie Ähm Wie heißt das Ein Drehwurm Okay Dann ändern wir mal radikal die Richtung Neue Runde Jawoll So ist es Ja deswegen heißt es auch gefährliche Zonen ne Weil man hier Wie die Wilden Sie um die Ähm Um die Kreis Kreis Was rede ich da So Machen wir mal ganz kurz wieder Langsamer 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 Und dann parken wir mal Das Ding So Das muss ich noch drehen Oder Hallo Ah jetzt Okay Ja stimmt Muss doch dahin Ich hab's gewusst Bremsen Und raus mit euch Eine Fahrt machen wir noch Was so schön war So Auf Wiedersehen Ja Applaus Applaus Und die nächsten können rein 132 Punkte Sehr gut So So Wieder einsteigen Die nächste Fahrt geht wieder weiter Das Licht machen wir mal ein bisschen heftiger Jawohl Jawohl Wir sind ja hier aktiv ne Genau Können wir auch die Zeit beschleunigen dass es schneller geht Das können wir ja alles tun Damit wir nicht so lange warten müssen Bis es voll wird Wir können das auch gerne mal abends machen Jawohl Machen wir nochmal Licht Moment Wo ist Licht 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 Scheinwerfer Hier So Ja Ja Mama So Warte mal Danger Das muss ja rot sein Ne Übrigens Okay Fertig ne Dann geht's los Los geht's Chip Chip Und schneller 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 Komm 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 So Jetzt machen wir mal langsam So So ist es gut Sieht mittelgruselig aus Da schießt auch keiner rum 12 Schuss 4,50 Euro Das ist normal oder Da ist Salat Was liegt da auf dem Grill Was ist das Was ist das da Fleisch oder Das ist wahrscheinlich die Burger wieder So andersrum Andere Richtung Die Musik können wir auch mal ändern Warte mal kurz Äh Zack So Schon krass ne Die ganzen Lichte Sieht echt cool aus Können wir noch dunkler machen So Ha Sehr gut Hoho Das Licht noch ein bisschen Und mal grün Was Änderung Ne Warum nicht Lichtintensität Können wir so auch mal machen Zack Mal Stockdungel machen Wee Wee So Ne Die Hälfte Bauer So Genau Okay Dann parken wir wieder Parken Also langsam In die Position kommen Schauen wir mal Ob er es jetzt macht Ah jetzt macht er es schon Okay Dann würde ich mal sagen Ah es ist dunkel Warte mal kurz Ne ist egal Komm Wir laufen jetzt einfach mal Wir laufen jetzt auch mal im Dunkeln So Wir müssen jetzt da runter Und zwar hier rum Und dann links Ne Genau Kommen wir zum nächsten Also hier rum Und dann links Irgendwo da hinten Hier oder? Oh ich sehe nichts Ne Ich muss heller machen Und das hilft nichts So Ja So Das warten wir mal kurz Bis es lädt Aber dann stoppt es nämlich nicht mehr Ah Jetzt Geht's 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 Hier weiter So jetzt lädt er Okay Gut Huch Mal kurz warten So Alles klar Hier gibt's Luftballons Guck mal Boom Schade Was ist das? Boxen Hey cool Weiter Aber schade Dass man es nicht machen darf Das wär cool noch gewesen Naja Schauen wir mal Vielleicht kommt sie doch irgendwann Oh Ist ja mal schon auf der Straße Guck mal Geil So Hier haben wir irgendwas Wie heißt es? Space Traveler Also dieses Teil Hallo Ah Das kennen wir auch irgendwo her Was gibt's hier alles? Und dann gibt's hier noch was Der Titan Okay Jetzt habe ich so eine Frisbee Scheibe Oder? Okay Dann würde ich mal sagen Machen wir beim nächsten Mal Dieses Ding hier Space Traveler Okay Dann Sag ich mal Bis zur nächsten Folge Hier von Virtual Rights 3 Und dann schauen wir mal Wie es weitergeht Na Wenn's euch gefallen hat Macht einen Daumen hoch Ein Abo freut mich auch Und der Pommes in der Hand Jetzt hab ich Hunger Und ein Abo freut mich auch Bis zum nächsten Mal Tschüss